Liebe Bürgerinnen und Bürger, mein Name ist Wolfgang Bühring und ich leite die Stadtwerke Speyer. Für uns bei den Stadtwerken ist der direkte Kontakt zu Ihnen ganz besonders wichtig. Deshalb sind auch für uns die augenblicklichen Einschränkungen sehr schmerzlich, aber zum Wohle aller unabdingbar. Und nicht nur zur Gesunderhaltung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir den direkten Kontakt stark eingeschränkt. Wir wollen und müssen damit alles versuchen, um die wichtigsten technischen Einrichtungen der Wasser-, Strom-, Gas-, Wärme- und Telekommunikationsversorgung mit einsatzfähigem Personal sicherzustellen. Dafür haben wir uns ebenfalls im Unternehmen in vollkommen getrennte Teams mit gleicher Kompetenz und Leistungsfähigkeit aufgestellt. Es wird oft vergessen, dass dazu auch der störungsfreie Betrieb einer Kläranlage gehört, die einen gesicherten Abfluss und hygienische Reinigung der Abwässer gewährleisten muss. Und natürlich auch unsere Müllabfuhr mit den Teams, die für uns alle noch in den Straßen unterwegs sind. Bitte entschuldigen Sie, dass es in dieser Zeit zu einigen Einschränkungen gekommen ist. Wir werden jedoch alles tun, um die Ver- und Entsorgung im Wesentlichen störungsfrei aufrechtzuerhalten. Das ist unser wichtigstes Ziel. Bitte informieren Sie sich dazu auch auf unserer Mindspeyer-App, auf der wir alles Wichtige und Nützliche für Sie aktuell bereit halten. Bleiben Sie alle gesund und ich freue mich, Ihnen baldmöglichst wieder direkt begegnen zu dürfen. Herzlichen Dank! Bleiben Sie alles gesund! Bleiben Sie alle gesund! Deine Ingenieurin Deine Inge Teiler Deine Fluss Deine Inge Deine Inge Deine Inge Deine Inge Deine Inge Bis zum nächsten Mal.